Nach langer Vorbereitungszeit ist es jetzt endlich soweit und wir dürfen Sie und euch herzlich auf unserem Maturabal begrüßen. Es gibt nicht viele Ereignisse im Leben, aber heute ist so ein Ereignis. Dieses Ereignis wird Sie das ganze Leben begleiten. Nach diesem Tag werden Sie niemals vergessen. Ihr habt es verdient, nach all den anstrengenden Tagen und Wochen des Vorbereitens heute ausgelassen und fröhlich zu feiern. Ich darf Ihnen einen schönen Ballabend, eine rauschende Ballnacht und viel Vergnügen wünschen. Chau! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020